GNTM Barbara Mayer, so soll ihre Traumhochzeit werden Bald läuten die Hochzeitsglocken! Barbara Mayer, 31, trägt seit vergangener Woche einen Diamantring am Finger, denn ihr Liebster Clemens Hallmann fiel in Cannes vor der schönen Rothaarigen auf die Knie. Das bedeutet also, dass die beiden zusammen vor den Traualtar treten werden. Für den großen Tag stellt sich das Model den Klassiker vor, möchte für Freunden und Familie in einer Kirche heiraten. Wie sie Gala in einem Interview verriet, wird die Planung des romantischen Events nicht ganz so einfach, über die Größe und den Ort sind wir uns noch nicht ganz einig, bis jetzt hat da jeder von uns eigene Vorstellungen. Die Fans der GNTM-Siegerin von 2007 können nun ein bisschen spekulieren, was der Beautige fallen könnte. Wie sie Promiflas in einem Interview verriet, sei sie von der Hochzeit und dem weißen Festgewand von Viktoria Swarovski, 24, besonders entzückt gewesen. Zur Erinnerung, die Robe der Kristallerbin fiel super extravagant aus das Prinzessinnen-Dress war von oben bis unten mit Steinchen besetzt und hatte eine XXL-Schleppe. Vielleicht wird die 31-Jährige also auch in einem pompösen Traum in Weiß den Gang zum Altar beschreiten, den Walk hat sie ja sicherlich noch drauf aus ihrer Zeit bei. Was glaubt ihr, wie Barbaras Brautkleid aussehen wird? Stimmt ab! Bis zum nächsten Mal.